Heute erzähle ich dir aus der Schweizer Märchenreihe Der blaue Vogel Es war einmal ein armer Mann, der machte Vogelbauer. Aber bei dem Gewerbe verdient man grad so viel, dass man nicht ganz verhungert. Eines Tages kehrte er vom Jahrmarkt in Puntrud zurück und hatte wieder kein Stück verkauft. Und doch hatte er so schöne Käfige feil. Nein, sprach er unterwegs zu sich selber, jetzt sitze ich ein wenig ab und ruhe mich aus von dem Weg, den ich vergeblich gemacht habe. Und auf der nächsten Waldblöße saß er unter einer alten Buche ab und beschaute betrübt seinen leeren Geldbeutel und fing vor Kummer zu klönen und zu stöhnen an. Denn er wusste nicht, was er anfangen sollte. Da kam plötzlich ein winzig kleines Männlein auf ihn zu, nicht viel größer als ein Tannenzapfen, und sagte, Tu doch einen Vogel in deinen Käfig, dann kannst du ihn sicher verkaufen. Ja, das ist schon gut und recht, antwortete der Mann. Ich hab aber keinen und weiß auch nicht, wie ich einen bekommen soll. und stöhnte weiter. Da pfiff das Männlein. Und ein schöner, blauer Vogel kam herbeigeflogen. Er fing ihn und steckte ihn in den Käfig des armen Mannes und sagte, Schau her, guter Mann, man sieht's den Federn an, was für ein Vogel das ist. Hör nun gut zu. Wenn dir irgendetwas fehlt, so brauchst du bloß zu sagen, Blauer Vogel, tu, was du sollst. Aber allemal, wenn er dir verschafft, was du begehrst, dann vergiss nicht zu sagen, Heiliger Esbuntin, von Herzen danke ich dir. Und damit war das Männlein verschwunden. Der blaue Vogel im Käfig aber sang so schön, dass es den Mann deuchte, so schön hab er noch keinen singen hören. Und es war ihm ganz warm ums Herz. Aber da er heftigen Hunger hatte, wollte er gleich erproben, was der seltene Vogel könne. Und er sprach, Blauer Vogel, tu, was du sollst. Und siehe, da stand auf der Stelle ein reich gedeckter Tisch vor ihm, mit den leckersten Speisen und feinsten Weinen. Er aß zuerst die Suppe und das Gesottene samt der Zukost und trank einen guten Schluck dazu. Dann sagte er, Heiliger Esbuntin, von Herzen danke ich dir. Dann machte er sich an den Braten und das Gemüse und trank wieder einen guten Schluck dazu. Dann sagte er wieder, Heiliger Esbuntin, ich danke dir von Herzen. Zuletzt verzehrte er den Nachtisch. Köstliche Früchte und süße Kuchen. Und wie er nun die ganze Mahlzeit beendet hatte, da rief er zum dritten Mal, hoch erfreut, Heiliger Esbuntin, von Herzen danke ich dir. Dann hängte er den Käfig mit dem Vogel an seinen Stock über die Schulter und nahm den Weg wieder unter die Füße. Und bald kam er in das nächste Dorf. In dem Dorf ging alles drunter und drüber. Alle Leute liefen in ihren Sonntagskleidern hin und her. Es war ein Gewimmel wie in einem Ameisenberg. Der Mann stand still und stellte seinen Käfig ab und schaute dem Treiben eine Weile zu. Dann fragte er eine Frau, ob hier Kirmes sei. Nein, sagte die Frau, du kommst wohl auch von auswärts, dass du nicht weißt, dass wir hier heute das Maifest feiern. Da wird allemal das schönste Mädchen vom Dorf als Maienkönigin im Umzug durchs ganze Dorf geführt. Nun aber finden wir kein Kleid, das dem Mädchen passt und drum läuft alles von Haus zu Haus um eines zu suchen. Hm, dachte der Mann bei sich, mein Vogel wird ja da wohl helfen können. Und er sagte, blauer Vogel, tu, was du sollst. Und im gleichen Augenblick lag das schönste Kleid der Welt da, wie es jeder Prinzessin recht gewesen wäre. So prächtig war noch nie eine Maikönigin angetan gewesen. Das ganze Dorf war hoch erfreut und die Leute wussten nicht, wie sie dem Manne danken sollten und sie bewerteten ihn aufs Beste. Als er weiter wanderte, kam er nach einer Weile in ein Schloss. Der Herr des Schlosses, ein junger Graf, wollte eben seine Braut heimführen. Die schönste Jungfrau weit und breit. Aber es war alles wie verhext. Sie konnte ihre Kleider nicht finden. Das eine Mal fehlte die Bluse, das andere Mal der Rock. Und als sie endlich die Strümpfe anhatte, so musste sie die Schuhe noch lange suchen. Das ganze Schloss war durcheinander. Die Lakaien und Zofen rannten Treppauf und Treppab durch alle Räume von Keller bis zum Estrich. Aber es half alles nichts. Da dachte der Käfigmacher wieder, hm, den Deuten ist bald geholfen. und er sagte, blauer Vogel, tu, was du sollst. Und kaum gesagt, war alles beieinander. Und die Braut stand bereit in vollem Putz und Start. Aber nun fand der Bräuter, seine Braut sei viel schöner gekleidet als er. Und der blaue Vogel musste auch ihm erst noch ein prächtiges Gewand schaffen, von Samt und Seide und mit köstlichen Spitzen dran. Jetzt konnten die Brautleute zur Kirche fahren. Der Mann aber wurde zur Hochzeit eingeladen. Nach dem Hochzeitsmahl wollte er weitergehen. Doch der Graf hielt ihn zurück und fragte ihn, ob ihm sein blauer Vogel nicht feil sei und er bot ihm eine große Summe Geldes. Zuerst wollte der Mann nichts von dem Handel wissen, denn einen solchen Vogel bekomme er niemals wieder. Doch als der Graf ihm alle seine Güter und sein ganzes Geld dafür bot, da sagte er, er wolle es sich bis zum Abend überlegen und ihm dann Antwort geben. Aber der Schlaukopf wusste schon, wie er es machen wolle. Lass mir den Vogel und behalt du die Federn, dachte er bei sich und ging in den Wald hinaus und sagte, blauer Vogel, tu was du sollst und siehe. Da kam ein anderer blauer Vogel herbeigeflogen, der dem ersten ganz gleich sah. Den nahm er und tat ihn in den Käfig und den rechten verbarg er in seinem Sack. Dann ging er aufs Schloss zurück und sagte dem Grafen, ja, er könne den Vogel haben, doch müsse er ihm, um den Preis voll zu machen, zu allem anderen auch noch seine junge Frau dafür geben. Das deuchte den Grafen den doch zu viel geheischen, aber dachte bei sich, hm, hab ich erst den Vogel, dann kann ich mir meine Frau und gut und Geld ja gleich wieder zurück wünschen. Und so gab er alles für den blauen Vogel im Bauer, alle seine Güter, sein ganzes Geld und seine Frau dazu. Und damit ging der Käfigmacher fort. Aber so oft der Graf auch sagte, blauer Vogel, tu was du sollst, es halt nichts, denn er hatte ja nicht den rechten blauen Vogel und wie er seine Frau nicht wieder bekam, da hämte er sich so, dass er noch in derselben Nacht starb vor Gram. Der Narr, warum hat er auch sein Liebstes weggegeben und nun wurde der arme Käfigmacher ein reicher Schlossherr und nahm die junge Gräfin zur Frau und sie haben noch viele viele Jahre glücklich und in Freuden miteinander gelebt. und die jubel und jubel haben ges